hallo kartoffelfreunde und willkommen zu einer weiteren folge the evil within ja ich bin endlich mal wieder dazu gekommen aufzunehmen und ja ich kann euch ja mal erklären warum ich so lange nicht aufnehmen konnte oder nicht dazu gekommen bin und das liegt daran dass ich im moment mein vorabi schreibe und daher relativ wenig zeit habe um für mein abi um aufzunehmen und deswegen bin ich halt eher dabei mein für mein vorabitur zu lernen als als irgendwas brennen verdammt so ich bin halt mehr damit beschäftigt für mein vorabitur zu lernen als aufzunehmen leider deswegen komme ich halt nicht jeden tag dazu oder eher selten dazu für mein vorabitur zu lernen ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen und das ist nicht ein allzu großes problem für euch vielleicht sollte ich mal eine waffe bam 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 mach mich kaputt mädchen mach mich kaputt bitte bitte danke und ja da ich so viel lernen musste in letzter zeit für dieses vorabitur deswegen penis ich bin ich halt leider er komme ich halt leider eher selten dazu für meine youtube karriere aufzunehmen aber ich hoffe das ist in ordnung für euch und ihr könnt mir das wie gesagt verzeihen oh gott verpiss dich jetzt müssen wir das doch hier aufmachen und jetzt kommt sie da raus gut so zack ja ich oh gut wo brennen 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 ich geh aus sie brennt hä jetzt geht das das aus so super das schleim können wir nicht mitnehmen ich hab so angst vor der ich hab so angst vor der so sie brennt sie brennt sie brennt sie brennt sie brennt komm schon nein geh weg geh weg geh weg toll super was mache ich denn jetzt super toll jetzt steht sie da gegenüber und wir können hier nicht lauf 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 Oh Fuck Was mach ich? Digga Was muss ich machen? Da Okay gut Mach die Tür auf Ich kann die alte auf den Tod nicht ab Ich konnte die noch nie ab Alter Ich brauch mehr Munition Da ist Munition Nimm Weg von dir Weg von mir So Nein Was Wie soll man der denn Das ist viel zu hekt Und ich hab Angst vor der Ich mag das nicht Ich hoffe wir müssen nicht wieder von vorne anfangen Bitte nicht Bitte nicht Okay gut wir sind wieder hier Das wollen wir nehmen Na du Bleib mal da drüben jetzt Verpiss dich Wo ist sie hin? Lauf 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 Nein Schießt Oh mein Gott Aua Lauf an dir vorbei An dir vorbei So Da ist noch einer Wo ist noch so ein Schalter? Bitte nicht Oh man Achja ich kann die ja verbrennen indem ich die Leichen da anzünde Mh Mein Fresse Ich kann die nicht ab Die soll sich endlich verpissen Ich will das Spiel endlich durchhaben Ich hab keinen Bock mehr Das macht mir Angst Hallo Komm bitte her Brenn Yeah Gut so Bitte was? Oh nö Nö Bitte nicht Jetzt kam sie aus der Leiche raus Oder was Ja Nachladen Super So jetzt Nein Alter Mein Ort hat grad voll weh als ich so gepustet hab Warum auch immer Ach da ist auch noch eins Okay gut Dann haben wir hier eins Hier haben wir zwei Sie rennt da hinten lang Lalalalalala Und hier haben wir drei Ja wir können durch Okay was haben wir hier Oh das ist doch nicht euer Ernst Ähm MMMM Es leckt Brenn 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 Shotgun Munition Das ist gut Ich hab sie so angezündet Lauf Oh Brenn Hör auf zu brennen Wie geht das Ding? Ach da Komm 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 Weg 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 Hä? Na du So Warum hört das nicht auf zu brennen? Geh weg Da Lauf Lauf, hab ich gesagt, nicht stehen bleiben Oh Jetzt verlieren wir das Bewusstsein Oder? Und wir fahren Jetzt hat ihre Arme verloren Lecker Oh ey Gott Ich hasse diese hässliche Furie Ich kann die nicht ab Und wenn die jetzt wiederkommt, dann drehe ich durch Ich will ruhig spielen Ich will ein bisschen labern und nicht so einen hektischen Shit Wie die mit der Schlampe da haben Für wen hältst du dich? Ich weiß wer du bist Sebastian Ich weiß wonach du dich sehnst Was du fürchtest Wirst du leben können Mit dem was ich dich tun lassen werde Joseph konnte es nicht Dass sie dich mit reingezogen haben Wie auch immer Du gehörst mir Und ich werde dich benutzen Oh war das gerade laut Und ein Scheiß wird hier irgendwer irgendwen benutzen Alter Wenn dann benutze ich dich Denn Nein Denn wie wir alle wissen Man fickt nicht mit dem Ficker Ne Wie hast du nochmal Ruvik Genau Ruvik Man fickt nicht mit dem Ficker Denn ich bin der Ficker Und warum sind die Arme von der Alten hier? Die hat voll lange Fingernägel Voll die Killerbraut Lalalalalalala Meine erste Fahrstuhlfahrt Wo kommen wir denn auch irgendwann mal an? Ja Wir sind da Warte mal Scheiße Schon wieder hier Wir sind doch Ja hier schon mal gewesen Aber ich werde jetzt nicht die ganzen Räume am Klappern Ich werde einfach den Weg hier lang gehen Denn vor dem Rest habe ich Angst Hallo 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 Leute Ich bin wieder da Ich bin wieder da Hä? Digga, was ist denn jetzt los? Das ist ja wirklich alles genauso wie es am Anfang war Oh Hier kommt gleich irgend so ein Jumpscare Ich sehe schon kommen Ne Die Tür hatten wir noch nicht Alter, jetzt bin ich verwirrt Sie haben keine Munition in dem Revolver Was schießt du denn? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen Ich habe für sowas keine Zeit, Detective Ich auch nicht Der ist leer Der ist leer Aber wie sind da Kugeln drin? Wir haben keine Munition mehr Aber dann Kugeln drin Gut Er hat die Verbindung mit Rubik überlebt Und zwar als einziger, soweit ich weiß Wundervoll Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective Unser einziger Weg zurück Okay Lesley rastet aus Sind wir jetzt wieder in der normalen Welt, oder was? Nee Jetzt sind wir in diesem Labor Aber Leslie Nee, jetzt passiert irgendwas Was Ja, gut Und jetzt springen wir wieder zurück Wusste ich's doch Oh 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 Was ist das jetzt schon wieder? Wer denkt sich sowas Krankes aus? Das hat aber nicht funktioniert Er will raus Ist er behindert? Lol Okay Das ist doch Wieso fliegen wir durch Wände? Wir fliegen durch Oh Dieses Spiel fackt so ab Ich weiß nicht, wer sich so eine Story ausgedacht hat Aber das Buch oder den Film will ich lesen Auf jeden Fall Oh, No Smoking No Smoking Okay Hey Ich weiß, dass du da draußen bist Hör mir zu Was willst du denn, Bruder? Ich mach dir die Tür auf Bruder 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 Hallo Das ist ein Stem? Ja, okay Was ihm bleibt Ist die Verbindung zum gegenwärtigen ursprünglichen Stem in der Klinik Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein Er wartet auf ihn Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt Kommt niemand jemals wieder hier raus Wieder hier raus Okay, aber was ist Woraus? Wäre was? Wie verhaftet der Geruch von Blut? Mhmm Na und? Du hast deine Tage Du riechst auch nach Blut Der war gut Der war voll witzig Oh, wir haben keinen Schlüssel Hä? Ich bin der Meinung, wir haben letztes Mal einen Schlüssel gefunden Gut, dann laufen wir halt wieder zurück Dass er hier die Türen immer so langsam aufgemacht Das ist echt annoying, Alter Voll annoying Okay, also Stems sind wahrscheinlich diese Verbindungsdinger Ähm Die wir eben gesehen haben Und ich denke einfach mal, dass In diesen 2000, damit können wir doch nichts anfangen Und ich denke mal, dass diese Verbindungsdinger Dass er eins davon jetzt gerade eben kaputt gemacht hat Durch dieses Monster Okay, gut Dann Und ähm Ja, Rubik Macht diese Dinger Oder Er hat seine einzige Verbindung dahin Ist Halt Mit Durch diese Dinger Wahrscheinlich Nehme ich an Hä, welchen Bolzen haben wir denn? Achso So Ich nehme trotzdem erstmal wieder die Shotgun Und dann gehen wir mal hier runter Hallo Bruder Da bist du ja wieder Also Das hat uns doch eben durch die Wand geschleudert Kann das Ding auch durch Wände laufen? Anscheinend Kann es auch durch Wände laufen Hier ist noch Streichhölzer Jetzt nochmal alles hier, ne? Gut Alter Schwede Wow Gut Läuft bei dir Bruder Ich gehe einfach mal ganz entspannt weiter Wenn es dich nicht stört, ja? Okay, das finde ich gut Ich will den Schleim haben Dann sind wir jetzt draußen auf dem großen Gang Shit Shit, no No way No way, no way, no way, no way, no way Nein, 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 nein Lauf Lauf, 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 lauf Hey, wir sind durch keine Wand geflogen Immerhin Wir machen Fortschritte Alter, was will dieses Sag mir nicht, wir müssen das Vieh jetzt bekämpfen Das sieht aus wie so ein bisschen wie so eine Arena Und es ist Es ist Es ist Eine Arena Gut, dann Gucken wir mal, was wir hier alles so an Munition finden Hier sind schon mal Shotguns Dann holen wir erstmal so einen Sprengbolzen raus Dadurch wird er erstmal explodieren Zack, da ist er erstmal in die Luft gegangen Haben wir noch Granate Er rasiert ordentlich Er rasiert Er kommt hier nicht hinter, oder? Hier könnten wir doch den theoretisch Entspannt Die Das Vieh Yo Okay Gut, er ist jetzt einfach mal vor der Tür eingefroren Oh Aber wie komme ich denn jetzt An ihm vorbei Stirb Oh Was ist denn Ich will nicht sterben Jetzt hat er uns Jetzt hat er uns Jetzt hat er uns Oh, das Vieh ist böse Das Vieh ist richtig böse Aber wenn das Ding um die Ecke läuft Könnte ich doch theoretisch Komm her Lauf, 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 lauf Lauf, lauf Weiter, weiter Oh shit Das hat nicht funktioniert Er läuft Er rennt, er rennt, er rennt, er rennt Was haben wir hier? Oh, noch eine Granate Noch mehr Munition Ich glaube, wir ballern uns erstmal eine Spritze rein Dann können wir hier ganz entspannt so Ähm Stirb 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 Oh, wir fliegen wieder durch die Wand Au So Ähm Da waren wir noch nicht Achso, jetzt laufen wir wieder rüber Au Toll Ja, ich hab keine Ich hab keine mehr von den Balzen Oh doch, wohl, warte So Jetzt können wir erstmal in Ruhe weglaufen Klack Ah doch, die explodieren doch Hier ist auch noch was, sind noch Spritzen Ich glaube, dann ballern wir jetzt erstmal noch eine Spritze rein Und dann können wir hier Zack Dann machen wir das so Wo hä? Oh shit Ja Er hat den Pfeiler umgenockt Okay, gut Ich will doch eigentlich nur diese Fässer in die Luft jagen Wo sind die anderen Fässer? Explodiert Bitte, hilf mir Hier kommen wir nicht raus Super So wird das auch nix, Brüder So wird das gar nix So stirbt er doch nie Ja So wird das nix So wird das nix Stirb Leu, jetzt rennt er weg Oh, er kommt wieder Ich weiß, wie jetzt schon Wir werden gegen dieses Ding nicht gewinnen Nein Lass mich doch mal in Ruhe Und noch eine Wir können uns unter den Autos verstecken Ich hoffe, er hebt dann nur das Auto hoch und greift uns nicht an Jetzt ruft er uns Er sucht uns dadurch Was macht er? Bitte hebt nicht das Auto hoch Er hebt das Auto hoch Nein, er drückt das Auto runter Was macht er? Er drückt das Auto Er drückt das Auto runter Okay Gut Aber ich denke Wir werden diesen Kampf das nächste Mal bewältigen Und diesmal werde ich einfach mal sagen Ich würde einfach sagen, wir beenden wie die Folge hier Wenn euch das Video gefallen hat Gebt mir einen Daumen nach oben Däumchen Und nächstes Mal bekämpfen wir dann den Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll Das kranke Vieh Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Schlechte Unterhaltung Und Katava Zala Ert Weeeeee Beeeeeee Und jetzt ist es nächstes Mal